Wie war es jetzt hier in der Jury? Interessant. Vor allem drei Filme pro Tag. Nicht alle gut. Und dann beim dritten Film, am Abend, haben wir doch alle Vermögen gezeigt. Und nach welchen Kriterien hast du gesagt? Ja, man muss natürlich selber durchleihen. Was findet man gut und so. Es war ein bisschen schwierig in dieser Jury, weil wir teilweise Dokumentarfilm hatten, teilweise Spielfilme. Und dann diese gegeneinander abzuwägen, habe ich nicht so einfach. Und dann wird es bei den Jury. Ein bisschen offen. Es wird nur an der Universität, der sie in der Jury kommen. Und dann wird es vom Künstler Schmuck in der Jury. this. Die Jury.